Dele Blind 9. März 1990 in Amsterdam, Niederlande, ist ein niederländischer Fußballspieler, der seit 2018 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht und auch für die niederländische Nationalmannschaft aktiv ist. Karriere Verein Blind spielte bis 1998 beim FC Amsterdam, ehe er in die Fußballakademie von Ajax Amsterdam kam. Dort durchlief er die Jugendmannschaften, bis er im Sommer 2008 in den Profikader des Vereins rückte. Im Dezember des gleichen Jahres erhielt der Jungspieler seinen ersten Profivertrag beim Amsterdamer Hauptstadtclub. Kurz zuvor, am 7. Dezember 2008, gab Blind im Auswärtsspiel gegen den FC Wollendam sein Liga-Debüt und konnte dabei überzeugen. Bis Ende 2009 kam er in insgesamt fünf Ligaspielen und einer Partie im UEFA-Pokal zum Einsatz. Sein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2016. Da er bei Ajax in der Saison 2019 keine Spielpraxis in der ersten Elf erhielt, wurde er für die Rückrunde der Spielzeit an den Liga-Konkurrenten FC Groningen ausgeliehen. Unter Trainer Martin Juhl kam Blind auch in der Saison 2010-11 zunächst nicht zum Zuge. Erst nach dem Trainerwechsel zu Frankenbuer konnte er in der Rückrunde weitere Einsätze verbuchen. Er ersetzte zunächst den ins Mittelfeld vorgerückten Wurnon Anita auf der Position des linken Verteidigers. Am 1. September 2014 wechselte Blind in die Premier League zu Manchester United. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2018 mit Option auf ein weiteres Jahr und kostete 14 Millionen Pfund Sterling, circa 17,7 Millionen Euro, Ablöse. Mit dem Verein platzierte sich Blind stets im oberen Drittel der Tabelle und gewann zudem 2017 die UEFA Europa League, nachdem im Endspiel sein ehemaliger Verein Ajax Amsterdam mit 2 zu 0 besiegt wurde. Zur Saison 2018-19 kärte Blind für eine Ablösesumme in Höhe von 16 Millionen Euro, die sich durch Bonuszahlungen auf 20,5 Millionen Euro erhöhen kann, zu Ajax Amsterdam zurück. Er unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. Nationalmannschaft Blind durchlief verschiedene Junioren-Nationalmannschaften der Niederlande. Mit der U17 nahm der Mittelfeldspieler an der U17-Europameisterschaft 2007 in Belgien teil. In drei Partien erzielte er dabei zwei Treffer. Am 6. Februar 2013 debütierte er im Freundschaftsspiel gegen Italien in der Elfter. Am 8. 2016 10. позволisso Am 9.apolis